ARD Text im Auftrag von Funk 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 Da schwingt das Dinkel. Schön für den Eintritt bin ich jetzt bereit da oben. Nein. Na komm Peter, jetzt mach doch mal was. Und jetzt mit Schmackes. Nein. Warum denn nicht? Komm, Eier an Eier. Ach, Peter, ey. Nein, Peter will da runter. Was willst du denn da unten, Mann? Weiß ich nicht, aber ich find das witzig. Jawoll, nein, Peter. Oh, nein! Du Idiot! Ja, hart gespielt und einfach ein Kack-Noob. Weißt du, ich sag das doch vorher. Oh, das ist aber doof jetzt hier, da die Stelle. Ja, ich wollte es halt gefährlich machen, aber... Gefährlich? Das war dumm! Jetzt bin ich wieder als erstes gestorben. Jetzt hat Bram ein leichtes Spiel. Na toll. Komm jetzt Bram, Arsch an Arsch. Komm Bram, Arsch an Arsch. Ja, ich arbeite doch gerade dran. Ja, Mann. Geil. So, jetzt... Ich hab so viele Beine. Ja, ja, ja. Oh, mein Bein muss noch weg. So. Richtig nice. Ich musste mich kurz ausrichten. Oh, Peter, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man so schlecht ist? Genauso wie ein Golf-Wid. War voll gut, ein Golf-Wid. Hab ich nicht mitbekommen. Ja? Ja. Musst du mir mal zeigen. Kann man nicht so gut sehen auf den hinteren Plätzen. Ne, das stimmt. Ich brauche meine Brille, aber ich trage ich Gott sei Dank hier aktuell nicht. Wie mache ich das denn jetzt? Katte von mir lässt sich jetzt die Augen lasern. Ist ganz schön teuer. Was kostet das pro Auge? Ne, kostet insgesamt... über 4.500 Euro. Und du hast keine Erfolgsgarantie, oder? Das weiß ich nicht. Na, Ziege. Peter, bist du jetzt dran? Ach, ne. Du bist ja gar nicht dran. Steht jetzt die Bram. Boah, das hab ich jetzt verwundert. Geh doch mal nach unten, Bram. Das ist total cool, wenn man da unten braucht, hab ich gehört. Ja, geh auf jeden nach unten. Okay. Äh... So. So, jetzt zieh... Jetzt S. Drück S. S vor allen Dingen, weil der auch mit dem Controller spielt. Ach, das stimmt. Ne, ich schwimme wie erst die. Was los? Komm schon, ey. Hast du einen dicken erwischt, oder was? Ja, ich merk das schon. Ja. Oh, guckt. Oh! Was passiert hier? Oh, neu! Oh, 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 oh. Ich frag mich, warum die aneinander kleben, einfach weil die hart am sweaten sind. Nein, weil die greifen können mit ihren Händen und Füßen. Oh. Das sind wie Affen. Ja, nach unten! Also jetzt nicht nur der speziell, sondern alle die da sind. Ha, ja, ist klar, Feder. Also der speziell ist ein Affe, ja? Nein. Also alle anderen aber, aber nur der nicht. Nein, Jay ist ein Affe. Ich bin Affe, ich bin wenigstens noch dabei. Oh, Nazi, du? Clarence Nunef. Dann zeig mal, was du kannst. Clarence. Was ist das für eine Flagge, Jay? Ich bin nicht so gut mit Flaggen. Oh, 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 oh. Das sind ein Full Scrubs, Junge. Das sind Mardi Gras-Ketten. Das sind Mardi Gras-Ketten. Ja, aber damit wird man beworfen, wenn man seine Nippel zeigt. Okay. Genau, ich hab da normale Figur bei mir. Ganz oft okay, bei mir hat der Perlen an. Ich hab auch Perlen an. Ja, bei mir hat der noch, bei mir sah noch keiner anders aus, außer schwarz und weiß. Und das ist ja, wenn man weiß, kein Unterschied. Außer in der Farbe. Logischerweise. Seid ihr da jetzt irgendwie Gemeinschaftslinge? Wir machen ja was ganz Sexuelles machen. Alter, raust du gerade einen Joint oder was? Hahaha, stimmt. Jetzt kommt's schon, Alter. Hast du nur die Feindexaste gedrückt? Kommt Yui Tingley. Keine Ahnung wo. Oh, oh, jetzt da mal hin. So, jetzt richtig schmackes. Jawoll. 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 Ich hab all your friends gewonnen. Film. Ich geh kaputt. Ich hab halt einen Joint geraunt. Ich flyte so high. Oh, was ist geil. Es war richtig fly, die Runde. Und, äh, ihr seht jetzt quasi als Randschnitt, ja, damit ihr noch ein bisschen was seht. Eine Folge, die, naja, wir eigentlich vorher aufgenommen haben. Die aber kaputt gegangen ist, weil bei mir irgendwie das Spiel abgestürzt ist. Aber sie war umso lustiger, weil da seht ihr meine ersten Versuche wieder diese Spitze spielen. Also, bleibt da dran. Moin Moin, ihr geilen Schnittchen. Herzlich willkommen zurück zu meiner Folge Mount Your Friends. Mit den Bongos, die ihr da gerade seht. Also, Bram und Peter. Was ist das hier Craziges? Und Peter. Reicht erst mal Bram die Hand. Reicht immer die Hand. Zur Freundschaft oder was? Du darfst halt innerhalb der Abgänzung darfst du nicht, kannst du nicht wenden. Ohi. Ja. Oh Gott, ey, sind wir super schwer im Modus auch noch für mich. Was heißt das für dich, ey? Superschwer. Ich kann das auch nicht. Warum funktioniert denn das nicht? Oh, bewegt der sich nicht? Jetzt haben wir nicht so ein harter Mongo. Ah, da. Ah. Ey, musst du erst mal klarkommen, Mann. Chill doch mal. Kannst du mal aufhören, mich anzutatschen? Ich touch dich gerne an. Kannst du mal aufhören, mich anzutatschen? Also, ich habe richtig geile schwarze Sachen an. Guck mal, mal einer hat einen. Du wirst mich bei mir gar nicht. Hä? Ja, stimmt. Der fliegt bei mir einfach. Ah, Peter, schiebe direkt am Anfang. Alter, die leben auch noch richtig stark. Guck mal, die zwinkern ja noch mit ihren Augen. Das heißt, die sind gar nicht... Alles klar, hat Jay gereicht, war. Ja, da bin ich zufrieden mit. Hahaha. Ich komme mit dieser Steuerung einfach überhaupt nicht zurecht. Die ist auch richtig crazy. Wuuu. War nicht so bad. Hallo. Hallo. Und das... Ah. Von rechts ist jetzt angenehmer, glaube ich, oder? Ja, aber ist ja random, wo man startet. Haben wir Low-Gravity an oder so eine Scheiße? Ja. おah,おah, おah, 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 冒혹el. Oh, halt dich fest, oh, ja, ja, ah. Na komm, immer in der Kniekehle. Jawoll. Fuck! Aber kein Stress. Noch 40 Sekunden, alles gut. Nein! Wo war der denn? Mein Bauch tut weh. Wir haben heute schon für zu viele lustige Sachen gemacht. Das Schlechte. Jawoll, jetzt mit Schmackes. Und jawoll. Geil, Alter. Reicht mir. Alter, ich werde so als erstes sterben. Die Quote steht nicht gut für mich. Abwarte. Die Quote steht nicht gut für mich. Da ist nämlich eine richtig geile Chance, einfach nur. Die musst du einfach ergreifen. Boah, Alter. Schön am Oberschenkel bleiben. Wenn du den richtig hart an den Schwänge gepackt hättest. Aber wir gehen nach rechts, so, so. Nein, das finde ich aber nicht gut nach rechts zu gehen. Wieso denn? Das ist doch wie ein grünes Blümchen. Du bist Vincent Lazaro, Alter, gerade. Alter, aus Grünland. Aus Grünland? Das ist eine grüne Flagge, ich habe keine Ahnung, was da von Land ist. Das muss Grünland sein. Nächste Saison gibt es übrigens vielleicht einen Monagassischen von Linesfrauber. Oh, shit, Peter. Aber das war eine Zeit der Welt. Oh, da ist der Stress. Man merkt nicht mehr, Peter. Ja, der erste Spaß hat. 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 Nein, der ist der Spaß vorbei. Komm, nochmal, ob wir da jetzt zu schwack ist. Ja, denn jetzt musst du es aber auch hinkriegen. Ja, Mann. Was aber? Das war aber schon Knäppkiss, ne? Huiuiui, aber darf halt nicht einmal komplett nach oben fliegen und dann wieder runterkommen. Ach, schön. Da habe ich gerade kurz Panik bekommen. Ein bisschen Panik. Nein! Du hast losgelassen. Das war jetzt nicht so smart von dir, aber du hast mehr Zeit als ich noch. Aber von rechts ist es halt auch einfacher. Wie geil das aussieht einfach nur. Oh, ich würde jetzt alles so gerne Jays Gesicht sehen. Ja, ich auch. Wo ist es gerade richtig? Nein, jetzt hink ich doch den Fist. Ich komme doch nicht raus. Nein! Oh, das sieht aber noch machbar aus. Das ist doch doch machbar. Das ist doch gar nicht cool. Ja, das ist doch doch gut machbar. Jawohl, da war doch. Jetzt start Spam, Junge. Oh, jetzt. Yes, er reicht wieder. Eieiei, ich habe echt Angst bei dem Spiel. Wir haben richtig Angst bei dem Game. Uuuui. Bram zeigen wir uns jetzt wieder, aber der fliegt doch nicht so weit. Wie er sich wie so ein Knoll zusammenliegt. Ja, echt mal. Ja und? Das kann aber nur Xavier Umbenhauer aus Monaco. Nein, ich muss noch kurz den Arm hier frei haben. Dankeschön. Den Arm frei haben? Wofür denn? Ah, ich dachte du willst den Hampel... Alter. Das ist mies. Wie geht das denn? Er ist ne miese Bitch. Wie kommen wir denn da noch durch? Oh, na komm. Wie soll das denn gehen? Keine Ahnung, ist nicht mein Problem. Irgendwann wird es vielleicht zu deinem Problem. Ja, aber vielleicht seid ihr jetzt beide auch von links, äh von rechts. Das hat nicht mehr mein Problem. Warte, ich komme da doch durch. Ich zeige dir jetzt wie das geht. Ohhhh. Fuck! Wie er die Hand reicht und dann... Vor allem, warum hast du den Knopf gedrückt? Dann hättest du doch gar nicht berührt. Ich glaube ich hätte dich berührt. Ne, ich meine, wenn du berührt hättest, hättest du aber doch losgelassen. Lass den Peter sich mal konzentrieren hier. Ich wollte damit steuern im Endeffekt, aber das hat nicht funktioniert. Warum steht bei mir eigentlich WHSD? Ja, das ist falsch. Das ist halt falsch. Alter. Peter, was ist denn los hier, mein Freund? Na? Alles in... Boah, Junge. 15 Sekündchen noch. 13, ne? 10. Warte mal, lol. Not fucking bad. Warte mal, das denn für Krümpfe am Ende. Okay, dann ist das einzige was wichtig. Hast du dir einfach mal gedacht, so komm, scheiße, jetzt ist es risky. Muss ich mir deine Arme auskugeln? Ja, genau. Jetzt geht es um Überleben. Scheiße auf Arme. Arme, whatever. Scheiße auf die Arme, ja. Jawoll, ey. Richtig mit Schmackes, ey. Guck, der Move, ey. Der Pimmel wackelt. Geil, ey. Nice. Ich hab so ne große Fresse, ich werd das Spiel verlieren. Ich komme aber doch nicht auf diese Steuerung klar. Aber die ist auch anders als sonst. Als zum Beispiel bei Counter-Strike. Als zum Beispiel bei Counter-Strike. Da ist die anders. Das stimmt. Komm, jetzt lebt doch einfach dein Beinchen. Ja, das brauchst du nicht. Was machst du denn jetzt? Alles ist ja welche. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Jetzt hab ich kurz Schiss gekriegt. Ungemerkt. So, boah. Das ist doch ein schöner, oder? Das wird ein schöner. Das wird ein richtig geiler Flug jetzt. Komm. Boah. Jawaaa. Wieuiiii. Hat er mit dieser Musik dahinter. Ja. Wieuiiii. So ein Schwerbender, äh. Schwerbender Starm. Warum kann der das so gut? Also, einer der Tricks ist halt, ich mach das mit meiner freien Zeit. Oh nein, ich muss rechts hin. Nein! Dann maunt sich andere, andere Männer einfach. Achso, ja okay. Ja jetzt erarmt zu kurz. Das ist natürlich sehr schade. Ja? Kein Problem. Kein Problem. Peter spielt sich selbst. Zawotni. Aus Grünland wieder. Boah, das sieht schön aus. Jetzt mit Schmackes. Schade. Oh shit man. Wichser. Ah, jetzt kommt er da auch rechts. Verdammt. Erstmal den Die Ziege streichen. Brahe Ziege. Oh Gott. Okay. Jawoll. Jetzt mit Schmackes. Nee. Damit du bis nach oben kommst. Boah, da hat er sich sogar noch ausgerichtet. Okay, Bram muss jetzt rechts. Was soll das denn? Da hat er sich sogar noch ausgerichtet. Ja, das machst du ja normalerweise nicht. Aber glücklich drum. Okay, das kann jetzt ein guter Wurf werden. Ich hätte schon gedacht, ich würde schon lange zugucken eigentlich. Oh, das war jetzt der Füllschwung, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder macht er nichts? Ja, das ist noch ganz easy. Boah, der eine grüne da ist ja richtig buschig, ey. Da. Oh, Kletter. Wenn du das ganz einfach ganz gechillt auf der rechten Seite machst, ist das ja mega easy in der Zeit. Ja, noch. Ja, das wird auf der anderen Seite auch nicht besser. Ja, ich werde nochmal ganz kurz. Da will ich hin. Genau. So, du musst weg. Du musst weg. Du musst weg. Jawoll. Bram Eliminated steht bei mir. Bei mir steht das aber nicht. Peter bewegt sich nicht mehr. Oh. Okay, Peter bewegt sich gerade bei mir. Ja, jetzt hat das Spiel abgestürzt bei mir. Das ist ja suckig. Das ist ja richtig nice. Ja, gut dann. Wow. Müssen wir neu starten. Ja. Wow. Wow.